Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute mal wieder mit einem Unboxing, nämlich mit einer Abo-Box von Trendriders. Die Boxen gibt es im 12-Monats-Abo bei ab 30 Euro und was genau drin ist, das schauen wir uns mal an. Hier haben wir einen ganz coolen Seesack mit oben zum Verschnüren und zum Henkel, dann mit einem Olivenöl, natürlicher Schokoladenpudding, einen Reinigungsschwank 100% Natur, einen Agavensirup, eine Thai-Soße, einen Kissenbezug mit himmlischem Aufdruck, dann haben wir hier ein Säckchen mit Samen für Basilikum zum Selbstanpflanzen und dazu dann auch noch ein schönes Rezeptheft. Ach, das gehört zu den Pulvern, wo man dann Smoothies machen kann, so Trinkpulver sind das und dazu gibt es dann ein passendes Rezeptheft. Ja, und noch hier ein kleines Duftsäckchen. Also ich finde, für fast 30 Euro ist ja echt was geboten und schaut einfach mal auf die Webseite und schaut es euch an. Ich finde es eine tolle Überraschungsgeschichte, weil ihr kennt mich ja, ein paar Sachen nutze ich immer gern selbst und das Rest sind auch nur tolle Geschenkideen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe und ich hoffe, ihr lasst uns einen Daumen hoch da und natürlich auch ein kostenfreies Abo.